Im heutigen Video werde ich dir erklären, was wir unter dem Drehimpuls verstehen und wie wir mit Hilfe von diesem Drehimpuls ganz einfache Aufgaben lösen können. Schauen wir uns zuerst mal an, was ist eigentlich der Drehimpuls. Sagen wir mal, wir haben irgendein Teilchen im R3, dieses Teilchen hat einen bestimmten Ortsvektor, den nennen wir mal R und einen Geschwindigkeitsvektor, den nennen wir mal V und sagen wir mal, das Teilchen hat eine Masse M. Dann ist der Drehimpuls L, definiert als das Kreuzprodukt R kreuz B. R, das ist der Ortsvektor und B, das ist der lineare Impuls von diesen Teilchen, das ist dieser Geschwindigkeitsvektor mal der Masse M. Das ist jetzt erstmal nur die Definition vom Drehimpuls. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie können wir uns diesen Drehimpuls intuitiv vorstellen und warum sind wir denn überhaupt an dieser Größe interessiert? Der Grund, warum wir an dieser Größe am Drehimpuls interessiert sind, der liegt in der Drehimpulserhaltung. Ähnlich wie dieser lineare Impuls B, bleibt auch der Gesamtdrehimpuls in einem abgeschlossenen System immer erhalten. Das werden wir uns gleich noch anschauen. Und mit Hilfe von dieser Drehimpulserhaltung kann man ziemlich viele, eigentlich schwere Physikaufgaben, ziemlich einfach lösen. Und deswegen ist dieser Drehimpuls so eine interessante Größe. So, wie können wir uns jetzt diesen Drehimpuls intuitiv vorstellen? Dazu überlegen wir uns nochmal kurz, wie können wir uns den linearen Impuls intuitiv vorstellen. Sagen wir mal, wir haben irgendein Teilchen mit der Masse M und einem Geschwindigkeitsvektor V, dann ist ja der Impuls B von diesem Teilchen gleich M mal V. Und im Video zum Impuls haben wir gesagt, dass diese Größe B uns die Wucht von diesem Teilchen beschreibt, von dieser linearen Bewegung. Und so ähnlich können wir uns eben den Drehimpuls vorstellen. Der Drehimpuls, der beschreibt uns die Wucht von einer Drehbewegung. Das heißt, du kannst dir das so vorstellen, wenn du eine Kugel hast, die zum Beispiel jetzt hier um die Z-Achse rotiert, dann beschreibt uns dieser Drehimpuls die Wucht von dieser Rotationsbewegung. Und falls du dir irgendwann mal nicht wirklich sicher bist, wie du denn diesen Drehimpuls genau interpretieren kannst, dann denke einfach dran, dass wir eigentlich nur am Drehimpuls interessiert sind, weil der Drehimpuls eine Erhaltungsgröße ist. Wenn der Drehimpuls keine Erhaltungsgröße wäre, dann wäre das wahrscheinlich eine ziemlich uninteressante Größe, dann würde es diese Definition wahrscheinlich gar nicht geben. Der Drehimpuls ist nur deswegen interessant, weil es eine Erhaltungsgröße ist. So, schauen wir uns jetzt mal ein ganz einfaches Zahlenbeispiel an. Sagen wir mal, wir haben ein Teilchen, das befindet sich an dieser Position hier. Das hier ist die Y-Achse. Eins, zwei, das heißt dieses Teilchen, das befindet sich ungefähr hier. Der Ortsvektor, der sieht so aus. Das ist der Ortsvektor R von diesem Teilchen. Dann hat es einen Geschwindigkeitsvektor, der so aussieht. Das hier ist die X-Achse. Der Geschwindigkeitsvektor, der zeigt in die negative X-Richtung. Das heißt, der zeigt ungefähr in diese Richtung. Das ist der Geschwindigkeitsvektor. Und dieses Teilchen, das hat eine Masse von 2 Kilo. Das heißt, dieses Teilchen hat eine Masse von 2 Kilogramm. Und wir sollen natürlich den Drehimpuls berechnen. Dazu müssen wir eigentlich nur in diese Form hier einsetzen. Wenn wir das machen, R ist dieser Vektor, also 0, 2, 0. Der Vektor B, das ist der Vektor vom Impuls. Und der ist ja M mal V. Das heißt, zweimal diesen Vektor. Zweimal dieser Vektor ist minus 10, 0, 0. Das ist der Impuls B. Und jetzt müssen wir dieses Kreuzprodukt ausrechnen. Machen wir das schnell mal. Die X-Komponente ist 2 mal 0, minus 0 mal 0, also 0. Die Y-Komponente, die ist 0 mal minus 10, minus 0 mal 0, die ist auch 0. Und die Z-Komponente ist 0 mal 0, minus 2 mal minus 10, und das ist 20. Die Einheit vom Drehimpuls ist Kilogramm Meter Quadrat pro Sekunde. Und das ist jetzt der Drehimpuls von diesem Teilchen. Der würde hier gerade nach oben zeigen. Das ist der Drehimpuls Vektor L. So, und schauen wir uns jetzt als nächstes den eigentlichen Grund an, warum wir an dieser Größe am Drehimpuls interessiert sind. Und der Grund dafür ist die Drehimpulserhaltung. Sagen wir mal, wir haben ein abgeschlossenes System. Was das genau ist, das werde ich dir gleich erklären. Sagen wir mal, wir haben einige Teilchen in diesem abgeschlossenen System. Sagen wir mal, wir haben hier beispielsweise vier Teilchen drinnen. Und die bewegen sich irgendwie umher. Die Aussage von der Drehimpulserhaltung, die ist jetzt, dass der Gesamtdrehimpuls in diesem abgeschlossenen System immer erhalten bleibt. Das heißt, dass der immer konstant bleibt. Der hat immer den gleichen Wert. Mit diesem Gesamtdrehimpuls meint man die Summe aller Einzeldrehimpulse von diesen Teilchen. Diese Einzeldrehimpulse, die könnten jetzt zum Beispiel so aussehen. Ich zeichne die jetzt irgendwie ein, keine Ahnung, ob die stimmen. Auf jeden Fall, die Summe dieser Einzeldrehimpulse, das ist der Gesamtdrehimpuls und der bleibt immer erhalten. Diese Einzeldrehimpulse, die können sich natürlich ändern, aber in Summe muss der Gesamtdrehimpuls immer erhalten bleiben. So, was ist jetzt überhaupt so ein abgeschlossenes System? So ein abgeschlossenes System ist einfach irgendein System von Teilchen, sodass von außen auf diese Teilchen keine Kräfte wirken. Es dürfen Kräfte zwischen den Teilchen wirken, zum Beispiel diese beiden Teilchen, die dürfen einander anziehen, aber von außen darf keine Kraft auf irgendein Teilchen wirken. Stell dir zum Beispiel mal vor, das hier wäre ein Elektron, das hier wäre ein Proton, dann würden sich diese Teilchen anziehen, das ist erlaubt. Aber was jetzt nicht erlaubt wäre, ist, dass von außen ein elektrisches Feld wirkt, sodass von außen Kräfte auf diese beiden Teilchen wirken. Das ist nicht erlaubt. Das verstehen wir also unter so einem abgeschlossenem System. Und in so einem abgeschlossenem System gilt eben die Dreimpulserhaltung. Wir werden uns gleich noch ein Beispiel dazu anschauen. Vorher möchte ich aber noch einen ganz wichtigen Punkt ansprechen. Und zwar, oftmals schaut man sich ja in der Physik keine dreidimensionalen Probleme an, sondern zweidimensionale Probleme. Das heißt, wir schauen uns zum Beispiel die XY-Ebene an und wir haben zum Beispiel irgendein Teilchen, das sich auf so einer zweidimensionalen Kreisbahn befindet. Wenn wir jetzt so ein zweidimensionales Problem haben, möchten wir natürlich trotzdem mit dem Dreimpuls arbeiten. Aber für zweidimensionale Vektoren gibt es gar kein Kreuzprodukt. Wie machen wir das dann? Wir schauen uns diese Situation jetzt erstmal einfach im Dreidimensionalen an. Wir stellen uns vor, dass dieses zweidimensionale Problem einfach auf der XY-Ebene von diesem dreidimensionalen Koordinatensystem stattfindet. Das heißt zum Beispiel diese Kreisbewegung, die findet hier auf der XY-Ebene von diesem dreidimensionalen Koordinatensystem statt. So und jetzt haben wir natürlich wieder dreidimensionale Vektoren. All diese Vektoren haben zwar eine Z-Komponente von 0, so wie wir es hier in diesem Beispiel hatten, aber wir können jetzt wieder mit Kreuzprodukten rechnen. Überlegen wir uns mal, wie wird denn der Dreimpulsvektor ausschauen in so einer Situation, also wenn sich alles nur in der XY-Ebene abspielt. Das heißt, dass der R-Vektor und der B-Vektor beide in der XY-Ebene liegen. Dann wird dieser L-Vektor, der Dreimpulsvektor, immer gerade nach oben oder gerade nach unten zeigen. Das liegt daran, dass so ein Kreuzprodukt immer orthogonal auf diese beiden Vektoren ist. Und all diese und beide Vektoren, R und B, liegen in der XY-Ebene. Das heißt, der L-Vektor, der muss orthogonal auf die XY-Ebene stehen. Und deswegen muss der L-Vektor gerade nach oben oder gerade nach unten zeigen. Das haben wir hier zum Beispiel auch gesehen. Dieser L-Vektor, der hat nur eine Z-Komponente. X- und Y-Komponenten sind beide Null. Und das muss immer so sein in so einem zweidimensionalen Problem. Das heißt, in so einem zweidimensionalen Problem reicht es, wenn wir uns einfach die Z-Komponente vom Dreimpuls anschauen. Die beiden anderen Komponenten sind ja sowieso Null. Die Z-Komponente, die ist dann gleichzeitig der Betrag vom gesamten Vektor. Und der Betrag vom L-Vektor ist der Betrag von R kreuz B. So, wie kann man den Betrag von so einem Kreuzprodukt ausrechnen? Dazu gibt es diese Formel. Das ist der Betrag von R mal den Betrag von B mal den Sinus vom Winkel Alpha. Und Alpha, das ist der Winkel zwischen dem R-Vektor und dem B-Vektor. Das wäre in diesem Fall dieser Winkel hier, weil V und B sind ja parallel. So, das heißt also, in so einem zweidimensionalen Problem ist die ganze Situation eigentlich viel einfacher. Wir müssen nicht mit einem Dreimpulsvektor rechnen, sondern wir schauen uns nur die Z-Komponente an. Und diese Z-Komponente müssen wir auch nicht mit so einem Kreuzprodukt ausrechnen, sondern wir können dafür diese Formel verwenden. So gehen wir bei einem zweidimensionalen Problem vor. Schauen wir uns jetzt zu all dem, was wir in diesem Video besprochen haben, ein ganz einfaches Beispiel an. Sagen wir mal, wir haben eine Kugel. Diese Kugel ist am Ende von einem 1 Meter langen Faden befestigt und rotiert mit einer Winkelgeschwindigkeit Omega. Das heißt, du kannst dir diese Situation ungefähr so vorstellen. Wir haben hier unsere Kugel. Diese Kugel ist an der Drehachse mit einem Faden befestigt und rotiert, sagen wir mal, in diese Richtung, mit dieser Winkelgeschwindigkeit. Jetzt gehen wir her und ziehen diese Kugel näher zu der Drehachse, auf einen Abstand von 25 Zentimeter. Das heißt, diese Kugel befindet sich dann nicht mehr auf dieser Umlaufbahn, sondern auf dieser Umlaufbahn. Die rotiert auf dieser Kreisbahn und ist noch immer mit einem Faden an der Drehachse befestigt. Und wir sind jetzt daran interessiert, mit welcher Winkelgeschwindigkeit Omega rotiert diese Kugel jetzt auf dieser inneren Kreisbahn. Nennen wir mal den Radius der äußeren Umlaufbahn R1, das ist 1 Meter, den Radius der inneren Umlaufbahn R2, das sind die 25 Zentimeter. Die Winkelgeschwindigkeit auf der äußeren Umlaufbahn von der Kugel nennen wir Omega 1, das sind diese 2B. Und die Winkelgeschwindigkeit auf der inneren Umlaufbahn, die nennen wir Omega 2. Und genau an dieser Winkelgeschwindigkeit sind wir interessiert. Wie können wir diese Winkelgeschwindigkeit berechnen? Das machen wir natürlich mit der Drehimpulserhaltung. Wir schauen uns zuerst den Drehimpuls vorher an, bevor die Kugel näher zur Drehachse gezogen wurde, das heißt, wenn sich diese Kugel auf der äußeren Umlaufbahn befindet. Und dann schauen wir uns den Drehimpuls an, nachdem die Kugel zur Drehachse gezogen wurde, wenn sich die Kugel auf der inneren Umlaufbahn befindet. Und diese beiden Drehimpulse, die müssen natürlich gleich sein. Wir haben hier natürlich ein abgeschlossenes System und dieses abgeschlossenes System besteht eigentlich nur aus dieser einen Kugel. Und wir haben vorher gesehen, dass der Drehimpuls von dieser einen Kugel, weil das ein zweidimensionales Problem ist, nur eine Z-Komponente hat. Das heißt, LZ vorher auf der äußeren Umlaufbahn, das ist jetzt LZ1, muss gleich LZ2 sein. Und LZ2, das ist der Drehimpuls von der Kugel auf der inneren Umlaufbahn. So, berechnen wir mal diese beiden Drehimpulse an. Fangen wir an mit diesem Drehimpuls auf der äußeren Umlaufbahn. Die Formel, die wir vorher hergeleitet haben, ist R mal B mal den Sinus von Alpha. Wir haben vorher gesagt, der Winkel Alpha, das ist der Winkel zwischen dem Ortsvektor und dem Impulsvektor von diesem Teilchen. Der Ortsvektor, der zeigt in diese Richtung, das ist der Ortsvektor R. Und der Geschwindigkeitsvektor, der zeigt tangential zur Kreisbahn. Der zeigt in diese Richtung. Und der Impulsvektor ist M mal V, das heißt, der ist parallel, der zeigt in die gleiche Richtung wie der Geschwindigkeitsvektor, der ist parallel zum Geschwindigkeitsvektor. Das ist B. Und du siehst, dass der Winkel zwischen dem R-Vektor und dem B-Vektor ein rechter Winkel ist. Das ist dieser Winkel hier. Das heißt, wir können für Alpha 90 Grad einsetzen und der Sinus von 90 Grad, der ist gleich 1. Jetzt müssen wir nur noch die Formel für den Impuls einsetzen und dann erhalten wir R mal M mal V. So, wir wollen jetzt irgendwie dieses V loswerden, weil wir kennen nicht die Tangentialgeschwindigkeit, sondern die Winkelgeschwindigkeit. Das heißt, wir verwenden diese Formel. V ist gleich Omega mal R. Dann steht hier R mal R, das heißt, wir haben ein R² mal M mal Omega. Und das ist jetzt die Z-Komponente vom Drehimpuls auf der äußeren Umlaufbahn. So, das genau gleiche können wir jetzt nochmal für die innere Umlaufbahn machen. Wir haben hier auch wieder eine Kreisbahn. Der einzige Unterschied ist, dass wir jetzt diese Winkelgeschwindigkeit haben und diesen Radius. Das heißt, der Drehimpuls auf der inneren Umlaufbahn ist gleich R² mal M mal Omega 2. Und hier oben haben wir natürlich R1 und Omega 1. So, und jetzt verwenden wir die Drehimpulserhaltung. Das heißt, diese beiden Drehimpulse, die müssen gleich sein. Das bedeutet, dass das hier und das hier gleich sein muss. Also, R1² mal M mal Omega 1 ist gleich R2² mal M mal Omega 2. Jetzt können wir das M rauskürzen. Und wir wollen ja Omega 2 wissen. Das heißt, wir stellen diese Gleichung auf Omega 2 um. Dazu holen wir einfach dieses R2² auf die andere Seite. Dann steht hier R1² durch R2² mal Omega 1 ist gleich Omega 2. Und damit haben wir eine Formel für Omega 2 gefunden. Du musst jetzt nur noch für R1, R2 und Omega 1 die Werte einsetzen. R1, das ist 1 Meter. R2 sind 25 Zentimeter. Und Omega 1, das sind 2 Pi. Und dann solltest du für Omega 2 gleich 32 Pi erhalten. Das ist die Winkelgeschwindigkeit auf der inneren Umlaufbahn. Du siehst also, wenn wir den Radius verkürzen, dann dreht sich diese Kugel auf einmal viel schneller. Du hast vielleicht in verschiedenen Physikbüchern schon mal das Beispiel von einem Eiskunstläufer gesehen. Sagen wir mal, wir haben hier einen Eiskunstläufer und der dreht sich im Kreis. Zuerst hat er die Arme weit ausgestreckt und dann dreht sich dieser Eiskunstläufer relativ langsam. Wenn er jetzt hergeht und seine Arme anwinkelt, dann dreht sich dieser Eiskunstläufer auf einmal extrem schnell. Und das liegt an der Drehimpulserhaltung. Genau wie in diesem Beispiel befinden sich die Arme dann viel näher an der Drehachse. Und deswegen hat dieser Eiskunstläufer dann eine viel höhere Winkelgeschwindigkeit und dreht sich eben viel schneller. Das ist so ein klassisches Alltagsbeispiel zur Drehimpulserhaltung. Im nächsten Video werden wir die Drehimpulserhaltung herleiten. Und falls du dir das Video dazu anschauen möchtest, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du dieses Video finden kannst, jetzt noch unten in der Videobeschreibung.